Der Spiegel ist eines der größten Nachrichtenmagazine in Deutschland. Doch wie genau können wir alle Inhalte lesen, Werbung entfernen und auf die wöchentlichen Magazine zugreifen? Alles was du über den Spiegel und seine Abos wissen musst, erkläre ich dir in diesem Tutorial. Als erstes gebe ich dir einen Überblick, welche Abos es alles gibt, wie viel sie kosten und was sie beinhalten. Anschließend erstellen wir dann gemeinsam einen Account und ich zeige dir, wie du auf alles zugreifen kannst. Zum Schluss werfen wir noch einen Blick in unsere Account-Einstellungen, wie wir Abos dort nach Abschluss noch verwalten können und was alles eingestellt werden kann. Wir können über die Webseite und App vom Spiegel grundsätzlich vieles komplett kostenlos ohne Account konsumieren. Jedoch wenn wir ein S-Plus-Symbol vor einer Überschrift des Artikels sehen, können wir diesen Artikel nur mit einem Spiegel-Plus-Abo lesen, was das digitale Abo vom Spiegel ist. Damit erhalten wir Zugriff auf alle S-Plus-Inhalte sowie die digitale Ausgabe der Spiegel-Zeitschrift immer schon am Freitag ab 13 Uhr. Auch Zugriff auf ein digitales Archiv mit allen Ausgaben erhalten wir hier, welche wir auch als Audio-Fassung konsumieren können oder als PDF herunterladen oder als E-Paper nutzen können. Wir erhalten auch einen speziellen Newsletter per Mail mit den wichtigsten Meldungen im Überblick und Zugriff auf den Spiegel-Daily-Podcast. Das Abo kostet standardmäßig 19,99€ pro Monat und ist monatlich kündbar. Bist du Student oder unter 30 Jahre alt, erhältst du es für standardmäßig 11,99€ pro Monat. Bedenke, dass bei diesem Abo aber nicht die Werbung auf der Webseite entfernt wird. Wenn du nur diese nicht mehr sehen willst, kannst du auch ein werbefreies Abo abschließen für 4,99€ pro Monat. Damit wird der größte und penetranteste Teil der Werbung für dich entfernt, sowie auch das Werbetracking. Als Spiegel-Plus-Abonnent kannst du die Option auch für 1,99€ pro Monat dazu buchen. Jetzt gibt es neben dem digitalen Spiegel-Abo auch noch das normale Heft-Abo, was du online abschließen kannst. Hier zahlst du pro Ausgabe, also pro Woche und je nachdem, was für eine Laufzeit du wählst. Zu dem Heft-Abo kannst du dann auch vergünstigt das Digital-Abo dazu buchen. Wir können auch einzelne Hefte oder Zusatzhefte wie Spiegel-Geschichte separat buchen. Alle Abos sind per Kreditkarte, PayPal oder SEPA-Lastschrift bezahlbar und laufen über deinen Account bei der Spiegel-Webseite, welchen du kostenlos beim Bestellprozess erstellst. Wie du dein Abo nach Abschluss verwalten kannst, erkläre ich dir später im Kapitel Einstellungen. Um eins der Abos abschließen zu können oder auch Artikel für uns zu speichern, müssen wir einen kostenlosen Account auf der Spiegel-Webseite erstellen. Das geht direkt über den ersten Link in der Beschreibung und wenn wir dann auf Anmelden am oberen rechten Rand klicken. Hier geben wir unsere E-Mail-Adresse ein und wenn noch kein Account mit dieser erstellt wurde, können wir das jetzt tun, indem wir ein Passwort festlegen und die Nutzungsbedingungen akzeptieren. Jetzt können wir noch Angaben zu unserer Person machen, was optional ist und unsere E-Mail-Adresse bestätigen, indem wir auf einen Link in der erhaltenen E-Mail klicken. So einfach haben wir unseren Account erstellt. Schließt mir ein Abo ab, wo du über den ersten Link in der Beschreibung auch einen besonderen Rabatt erhältst, müssen wir auch noch unsere Rechnungsadresse hinterlegen, sowie die Zahlungsmethode. Mit unserem Account können wir uns dann immer auf der Webseite oder in der App auf unserem Smartphone oder Tablet anmelden, um auf unser Abo beispielsweise von überall zugreifen zu können. Haben wir uns auf der Spiegel-Seite angemeldet, können wir direkt auf der Startseite wie gewohnt die aktuellen Artikel lesen. Oberhalb können wir auch nach bestimmten Themengebieten filtern und uns beispielsweise nur Spiegel-Plus-Artikel anzeigen lassen. Über die Suche am rechten Rand können wir auch nach bestimmten Inhalten suchen. Haben wir einen Artikel angeklickt, können wir diesen auch als S-Plus-Mitglied oft als Audio anhören, also vorlesen lassen. Und wir können einen Artikel auch auf unsere Merkliste setzen, welche wir über unser Profilbild am oberen rechten Rand aufrufen können. So können wir uns Artikel einfach für später speichern, falls wir sie nicht vergessen möchten. Über das gleiche Symbol können wir sie auch wieder von der Liste entfernen. Die meisten Artikel können wir unterhalb auch kommentieren und mit anderen Kommentaren interagieren. Lesen wir einen S-Plus-Artikel, können wir pro Monat auch 10 Artikel verschenken über einen Link, womit ihn eine andere Person auch ohne S-Plus-Abo und Konto lesen kann. Jetzt haben wir auf der linken Seite auch noch ein Menü, welches wir öffnen können. Hier können wir einfach wieder zurück auf die Startseite, aber beispielsweise auch in den Newsletter-Bereich. Hier können wir Newsletter aus verschiedenen Themenbereichen oder von bestimmten Journalisten abonnieren, welche wir dann per E-Mail zukünftig erhalten. Im linken Menü können wir dann auch den Magazine-Bereich öffnen, wo wir alle Heftausgaben als digitale Versionen sehen und lesen können. Dazu gehören auch die Sonderausgaben. Hier haben wir auch Zugriff auf das Archiv, alles natürlich nur mit einem S-Plus-Abo. Im linken Menü finden wir dann noch viele weitere Themengebiete und Angebote vom Spiegel, wie Spiegel TV, Spiele und Co. In der App haben wir das gleiche Menü am oberen linken Rand, wo wir unterhalb auch direkt zu den Schlagzeilen, Magazinen und Audio-Inhalten wechseln können. Hier können wir uns über den letzten Menüpunkt auch in unseren Account anmelden, wo wir dann auch unsere Merkliste sehen. In der App können wir auch Audio-Inhalte in einer Playlist speichern, welche auch heruntergeladen und offline gehört werden kann. Auch Magazine können wir herunterladen, um sie ohne Internetverbindung in der App anschauen zu können. Alle unsere heruntergeladenen Inhalte können wir auch in unserem Account verwalten. Werfen wir abschließend einen Blick in unsere Einstellungen, welche wir über das Profilbild am oberen rechten Rand aufrufen können, wenn wir dort auf Mein Konto klicken. Hier sehen wir direkt unsere persönlichen Daten und können diese ändern. Auf der rechten Seite sehen wir auch unsere aktuellen Abos und wann die nächste Zahlung ansteht. Klicken wir hier auf Bearbeiten, können wir auch die Zahlungsmethode für jedes Abo individuell ändern, sowie unsere Rechnungsadresse und alle bisherigen Rechnungen aufrufen und herunterladen. Hier können wir dann auch unser Abo kündigen, sodass es nicht mehr verlängert wird. Die Kündigung können wir hier auch immer wieder zurückziehen. Im oberen Menü können wir unter Benutzerdaten alle unsere Daten löschen lassen und unter Newsletter alle unsere Abonnierten sehen und diese beispielsweise wieder entfernen, falls wir sie nicht mehr per Mail erhalten möchten. Schließlich können wir hier auch unsere Einzelkäufe und Magazine verwalten. Jetzt weißt du, wie du Inhalte vom Spiegel online konsumieren kannst. Über den ersten Link in der Beschreibung kannst du direkt mit dem rabattierten Probezeitraum starten. Falls du noch Fragen hast, kannst du diese gerne in den Kommentaren hinterlassen und für mehr solche Tutorials kannst du meinen YouTube Kanal gerne kostenlos abonnieren.